Grüß Gott miteinander. Heute geht es um Berossowiesok. Das heißt Birgensaft. Birkensaft. Es wäre jetzt davon aus wie so ein Birgerblätter drauf und Birgersäme. Jetzt probiere ich es. Ja, es schmeckt eigentlich wie Sprite. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Birgensaft oder Birgerwasser drin ist. Das kann man ja selber zapfen. Da gibt es ja gute Videos. Vom Survival Saki. Ich glaube den verlinke ich da noch irgendwo im Video. Das habe ich auch schon gemacht. Dann schmeckt es auch gut. In Deutschland kann man das mittlerweile auch kaufen. So Birgerwasser mit irgendwie Aromastoffen und Zucker. Aber ich glaube, das hier ist eher Zitronenlimo. Naja, aber warum nicht? Also wer mal ein bisschen was Sprite ähnliches sucht, kann gerne Berossowiesok kaufen. Tschüss.